Weil wir schon so nett hier draußen in der Karolinger Straße waren, hier haben wir auch eine Feuerwache. Und das bringt mich natürlich abschließend noch auf die unglaublich amüsante Idee, dass der Roman euch dann einen Beitrag verlinkt von der Berufsfeuerwehr Wien, die ja weltweit eine der angesagtesten ist. Muss man ja neidlos wirklich gestehen. Ich muss auch sagen, ich habe für Radlfahrer, ich habe ja für Floriani Jünger durchaus ein Herz, weil wie gesagt, wenn einem das Wasser bis zum Hals oder die Flammen irgendwo am allerwertesten stehen, dann ist man froh, wenn die Herrschaften für einen durchs Feuer gehen oder den Keller auspumpen und dergleichen. Jedenfalls die Herrschaften von der Berufsfeuerwehr in Wien haben jetzt neue Elektrofahrzeuge bekommen. Was ihr jetzt da mit dieser Information macht, das dürft ihr euch selber überlegen. Ich wollte es nur einmal bemerken. Hoffentlich gibt es nie einen Blackout. Andererseits, das Land ist ja eh schon mitten im Blackout. Also was soll's, damit machen wir jetzt auch einen Blackout. Ich bin Black und bin out. Hoppa! Ich bin Blackout.